Hallo zusammen, ich bin Nemanja und im vierten Lehrjahr als Zeichner fachrichtig Ingenieurbau. Heute gebe ich euch einen kleinen Einblick in meine Ausbildung bei der Gemeinde Allerweil. Kommt mit! Die vierjährige Ausbildung zum Zeichner fachrichtig Ingenieurbau umfasst zwei grosse Hauptbereiche. Der Tiefbau, wie wir zum grössten Teil mit dem Strassenbau und dem Werkleitungsbau zu tun haben, und der Ingenieurhochbau, wie wir mit dem Stahlbetonbau zu tun haben. Wir erstellen entweder mit Hilfe unserem CAD-Programm oder von Hand Pläne für die Bauarbeiter draussen. Dabei werden wir von den Fachleuten unterstützt. Dafür wird die jetzige Situation vor Ort aufgenommen. Mit Hilfe von diesen Grundlagen, bestehenden Unterlagen und Grundlagen der Werke erstellen wir unsere Projektierungsgrundlagen. In der Projektierungsphase nehmen wir mathematische Berechnungen vor und berücksichtigen naturwissenschaftliche Gesetze sowie baurechtliche Vorgaben. Wir kennen auch chemische und physikalische Eigenschaften von Baumaterialien und achten auf eine umweltgerechte Bauweise. Zudem unterstützen wir die Bauleitung, beispielsweise mit dem vorgängigen Informieren der Anwohner vor einem Bauvorhaben oder erstellen Fotos für die Bauleitung. Die Ausbildung in der Gemeinde Allwil bringt viele Vorteile mit sich und einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag. Es ist toll zu sehen, wie die Projekte, die du zeichnet hast, draussen realisiert werden. Ausserdem profitieren wir von sechs Wochen Ferien. Wenn du einen Einblick in den Beruf bekommen möchtest, komm zu uns schnuppern. Hast du Freude an die Computerarbeit? Ein gutes Räumen des Vorstellungsvermögen? Und bist du ein Teamplayer? Dann bewirb dich jetzt bei der Gemeinde Allwil! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!